Herzlich Willkommen im Schlachthof in Wels zu unserem Konzert. Sie erleben heute unseren Tourauftakt. Wir spielen eine Woche. Das ist der erste Teil unserer zehnjährigen Jubiläumstour, denn wir haben vor zehn Jahren 2005 ungefähr zu dieser Zeit, das war Anfang Mai, haben wir unseren ersten öffentlichen Auftritt gespielt für diese Gruppe. Seitdem haben wir jedes Jahr immer weiter gemacht und deshalb präsentieren wir heute auch ein paar Stücke, die wir schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt haben, zwar aus unserer früheren Zeit. Was wir jetzt gerade hören, ist allerdings von unserem aktuellsten Programm, von unserer kürzlich, unserer letzten CD von 2014. Die erste Nummer hieß Transatlantic und das nächste Stück, das wir jetzt hören, heißt Brazilian Blizzard Walk und das ist von unserem Schlagzeug, der von Peter Geil. Applaus Musik 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 Musik